Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und heute spiele ich Tristana im Aram-Mode. Ja, und jetzt wollen wir mal schauen. Ich denke mal, das sollte ganz gut laufen. Da Tristana ja nicht zu den Schlechtestellen gehört. So, und ich werde alles einmäuskeln. Q, W und E. So, ich kriege erstmal ordentlich welche. Ja. Jo, und jetzt warten wir mal, dass die Gegner auch endlich mal an den Start kommen. Haben zwei Tanks dabei mit Amumu und Braum. Dann Nidalee. Eveline. Und Draven. Wir haben dafür einen Kartus. Mal schauen. So, wir haben auch noch getroffen. Stimmt aber leider nicht mehr. Nidalee schon alles mit Fällen vollgepflastert hier vorne. So, meine Heiltränke sollte ich mal auf die 1 legen. Und farme ich mal ein bisschen mit hier. So. First Blood für Timo. Diese Range. Einfach ekelhaft von Nidalee. Boah, jetzt war ich schnell wieder in den Busch. Leider immer noch kein Kill für mich. Aber insgesamt schon 1-2-0. Ja, die Nidalee hätte sich lieber etwas Malarek holen sollen. Dass sie ihre Sperre einfach nur spammen kann. Wow. Ah, da gehe ich mir doch lieber mal die Heilung holen. Hab zwar noch Heiltränke, aber sicher ist sicher. Und anscheinend will die Heilung ja keine andere. So, kommt da mal raus von eurem Power. Das ist ja langweilig. Dann nimm ich sie doch lieber. Ich hätte es ja meinen Leuten gelassen, aber bevor es der Braum kriegt. Oder einer von den Gegnern. Na, zu weit will ich aber auch nicht. Dann passiert nämlich genau das. Boah, aber den kriegen wir noch. Mal sehen, hier auch noch. Den auch noch. Jawohl. Mal zuerst mal einen Augenblick Schaden auf den Tower machen. Na, ganz haben wir noch nicht gekriegt. Ah, da kommt der Braum angesprintet. Vorsicht, Leute. Nicht, Leute. Nicht, Leute. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, zu viel gewollt. Ja. Mensch, aber ich wollte es da haben. Nee. Schuhe sind schon die richtigen. So. Go. 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 Jetzt bin ich aber echt ein wenig greedy, glaube ich. Das werde ich gleich mal ein wenig zurückstufen. Obwohl es so ja erst richtig Spaß macht. Und dafür spielt man ja eigentlich Aram. Na, die Niederlehe könnte aber auch mal einen Schluck Zielwasser gebrauchen. Ich werde es nicht wieder übertreiben. Ich werde es nicht wieder übertreiben. Ich werde es nicht mehr übertreiben. Ich werde es nicht mehr übertreiben. Ich werde es nicht mehr übertreiben. Oh, was du nicht? Boah, jetzt holen wir mal rein, ja. So. Und go, go, go. Da können wir doch eigentlich schon den nächsten Tor einreißen. Na, muss ich mir ein wenig Heilung holen. Ist auch da. Oh, was war da los? Ah. Oh. Jetzt aber zurück. Noch ein bisschen Heilung. Ein bisschen Abklingzeitverringerung wäre, glaube ich, nicht schlecht. Na, Olaf, übertreib's nicht. Pilz-Power. Ich will auf etwas schießen. Ich will, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich war hier rum, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Das ist das Ganze, das ich jaочно. Ich würde es Chaowegun oder. Da ist hekt, dass man rechts undört ist. Damit das nicht mehrしet. Kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist, wenn sie uns glatt noch hinkommen? Oh, jetzt. Naja, du wirst irgendwie an die Niederlehrt rankommen, aber... Oh, nee, Draven auch noch. Jetzt gehen wir mal lieber back. Olaf muss auf jeden Fall vorgehen. Ich muss sehen, ob wir da rankommen. Gar nicht gereicht. Ah, der Braum hält zu viel aus. So, da haben wir ihn doch endlich. Und Ars. Na, der Sieg wird es vielleicht noch nicht ganz. Mal gucken. Ach, der Sieg wird es vielleicht noch nicht ganz klein. So, und schon mal ein bisschen auf Klinge der Unendlichkeit. Und dann wenden wir die Sache gleich mal. Oh, der Braum, der Einzige. Ey, Evelyn schleicht da noch rum. So, genau. Genau, Andy, warte mal. Gleich da. Oh, lass mal Olaf wieder vorgehen. Oh, beziehungsweise wir können auch hier warten. So, das war's. Anlegen. Zielen. Feuer. GG. Ja, und wenn es euch gefallen haben sollte, schaut einfach mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram.